2. Elend in der Stadt. 2a. Von Münster, so hieß es, holte am grünen Donnerstag der Küster das heilige Öl, geradewegs aus dem Dom, wo der Bischof es eben geweiht hatte. Ich konnte es kaum glauben, dass dieser schwerhörige alte Mann, den ich doch alle Tage an der Theke stehen und ein Fünf-Pennig-Stück für einen halben Klaren aus der Westentasche hervorfingern sah, berufen sein sollte, ja auch nur fähig, so erhabene Dinge zu tun. Ich stellte mir so etwas wie eine einsame Wallfahrt vor, eine Art von Prozession. Und von ähnlichem Zuschnitt war natürlich auch mein Bild von der Bischofsstadt selbst. Obwohl meine Vorstellung nach und nach an Leibhaftigkeit gewann, wurde sie zunächst doch nicht eigentlich zutreffender. Fast jeden Sommer fuhren wir mit dem Kutschwagen einmal zur Visite in die Heimat unserer Großmutter, auf ihren elterlichen Schultenhof am Teutelburger Wald. Das Schönste daran war übrigens für mich die lange Nachhausefahrt am Abend, wenn es allmählich rundum dunkel wurde und man, in eine Decke eingemummt, wohlig fröstelnd, aus halbem Schlaf die Sterne sah. Nach Mittag waren wir lärmend die Döhren der Klippen hinaufgeklettert, zu einer wunderlich aufgetürmten Felsfigur, dem hockenden Weibe. Und wenn ich zu viel Dunst über dem Lande lag, sah man von dort die Türme von Münster. Der Großonkel hatte uns seinen Jagdfeldstecher mitgegeben, und während beim Durchblick der Horizont sich deutlicher abzeichnete, hörte ich die Namen der Kirchen. Lieb Frauen, Lamberti, Heiligkreuz, Dom. Ein wahrer Albtraum wurde dann, ein paar Jahre noch vor unserer Übersiedlung, der erste wirkliche Besuch in Münster. Zwar bekam ich damals von einer, wie mir schien, feenhaft gütigen und schönen, bald darauf jung an der Schwindsucht verstorbenen Tante, eine nie gekostete, über die Maßen wohlschmeckende Frucht geschenkt, welche sie Banane nannte. Aber aufs Ganze gesehen folgte ein Schrecken dem anderen. Die Türme sind gar nicht wieder zu finden, vor lauter Häusern sieht man sie kaum. Das lärmende Signal der vorüberfahrenen Straßenbahn verwirrte mich jedes Mal neu. Und dass auch meine Mutter die Überquerung der Straße, nicht anders als ich, für etwas äußerst Gefährliches hält, macht die Sache natürlich nicht besser. Das Entsetzlichste aber geschieht, als ich, während wir in einem Gasthaus beim Café sitzen, unbedingt ein gewisses Örtchen aufsuchen muss. Die Handhabung der Wasserspülung ist mir ausführlich genug geschildert worden, aber man hat mir kein Sterbenswort gesagt von dem Getöse, mit dem sie funktioniert. So jagt mir das unheimliche Rauschen, das gar kein Ende nehmen will, einen jähend Schrecken über den Rücken. Und ich bin sicher, irgendetwas falsch gemacht und die ganze Apparatur beschädigt zu haben. Wieder am Tisch bei den Eltern will mir der Kuchen nicht mehr schmecken. Jeden Augenblick, so denke ich, muss der angerichtete Schaden entdeckt werden. Es gab also einigen Anlass, der neuen Heimat zwar mit Neugier und Respekt, aber auch mit tiefer Beklommenheit entgegenzusehen. Und die ersten Tage waren wirklich schlimm genug. Den nächsten Briefkasten zum Beispiel konnte man zwar vom Fenster unserer Wohnung aus deutlich sehen. Man zeigte ihn mir, und ich sah ihn mit eigenen Augen. Dennoch traute ich mich nicht, die paar hundert Schritte dorthin allein über die Straße zu laufen und einen Brief einzuwerfen. So nahm mein Vater mich bei der Hand und ging mit. Natürlich löste sich diese starre Verschrecktheit mit der Zeit, aber das Gefühl, in der Fremde zu sein, blieb durch Jahre hin unüberwindbar. Dass es weder Garten gab noch Bach, keine Schmiede und nicht einmal einen Pferdestall, dass man nicht barfuß und auch nicht in Holzschuhen herumlaufen durfte, dass alle Welt dies affektierte Hochdeutsch redete, als sei man immerzu in der Schule oder auf dem Amt, und darüber war zur Not hinwegzukommen. Und außerdem, das versteht sich von selbst, fand ich nicht wenig Neues in der Stadt staunenswert und aufregend. Das elektrische Licht zum Beispiel, den Gasherd und gar das Kaiserpanorama mit wöchentlich wechselndem Programm von bunten Stereoskopbildern aus der ganzen Welt. Aber plötzlich keinen Freund zu haben und im Kreise der Gleichaltrigen überhaupt nicht mehr mitreden zu können, das war kaum zu ertragen. Und dass es jetzt aus sein würde mit Josef von Arimathea und mit Lehrers Job, dem man bislang einen so selbstverständlichen Kredit zugestanden hatte, das alles war schließlich nicht anders zu erwarten. Nun aber bekam ich mit einem Schlage nicht bloß keine Vorschusslorbeeren mehr, sondern ich war einfach hin der völlig Unbedarfte, der sich in Rhein gar nichts auskannte. Dass man Briefmarken auch sammeln kann, war mir gänzlich unbekannt. Und ich hatte keine Ahnung, was wohl mit einem Linksaußen gemeint sein mochte. Der Gipfel jedoch war, dass ich noch nie etwas von Winnetou und Kalmai gehört hatte. Wie aber wäre ich erst ausgelacht worden, wenn man gemerkt hätte, dass ich bei der ersten Nennung dieses Autors meinte, es sei von einem Spiel die Rede oder von einem Instrument, das Kalmai oder so ähnlich hieß. Immerhin, so klug war ich nun doch, von solchen unmöglichen Dingen nichts verlauten zu lassen. Ein wahrer Halt in der Wirrnis war das Kindermädchen Lisbeth, das aus dem Dorfe mitgekommen war. Sie selber war in einer kleinen Stadt aufgewachsen, und so übertraf sie uns nun alle an Weltkenntnis, ausgenommen natürlich den Vater. Manchmal am Sonntagnachmittag nahm sie meine Schwester und mich, die beiden Brüder waren noch zu klein, ins Liebfrauenstift mit, wo die Hausgehilfinnen kleine Theaterstücke aufführten, entweder sehr lustige oder aber, was die Regel war, überaus traurige, sodass wir bis in den Schlaf hinein nicht davon loskamen. Sobald es Ferien gab, machte sich die ganze Familie am ersten Tage auf die Reise »zurück in unser Dorf zu den Großeltern«, anderswohin zu gehen, kam uns gar nicht in den Sinn. Kaum angelangt, meldete ich mich beim Küster, dem es immer ganz gelegen kam, von jetzt an nicht mehr zum Abend und zum Mittag läuten zu müssen. Das übernahm nun ich. Um übrigens die anfänglichen dreimal drei einzelnen Schläge des Angelus zustande zu bringen, traute ich mich nicht, unten in der Kirche, wie der alte Küster es machte, das Glockenseil zu ziehen. Ich stieg in den Turm hinauf, packte mit der Hand den Klöppel und schlug ihn an die Glockenwand. Und das gab dem Geläute einen ungewohnten Klang, woran wiederum die Freunde rundum sogleich erkannten, dass ich zurückgekehrt war. Andertags begann dann für ein paar Wochen das gewohnte Leben in den Ställen und auf den Emswiesen. Aber ganz dasselbe wie ihr dem war es doch nicht mehr. Ich war schon halbwegs zum Städter geworden. Tatsächlich gewann ich mir auch in der Stadt nach und nach einen annehmbaren Platz unter den neuen Kameraden. Und wenn ich etwa meine mit dem letzten Pfiff ausgestattete Laterna Magica, ein Weihnachtsgeschenk der Großmutter aus Paderborn, vorführte, schien ich fast als gleichberechtigt akzeptiert. Dennoch lebte ich all diese Jahre in einer überangestrengten Wachheit. Wenn das nicht zu sehr nach aktivem Widerstand klinge, würde ich sagen, mit zusammengebissenen Zähnen. In Wirklichkeit war ich ein Wehrloser, dem, was auch immer geschah, ohne sein Zutun wieder fuhr. Ich fühlte mich in der Welt nicht mehr einfach hin zu Hause. Mir war in der eigenen Haut nicht wohl. Das änderte sich erst, als ich, nach dem Ersten Weltkrieg, in die Wandervogelwelt der Jugendbewegung geriet. Damit kam das stehende Gewässer endlich wieder ins Strömen. Auf einmal war ich auch wieder ich selber. Ich beteiligte mich leidenschaftlich an dieser zornigen Abrechnung mit der Bürgerlichkeit des Stadtlebens insgesamt. Leider bekam dadurch auch der anscheinend unvermeidliche Konflikt zwischen dem Vater und dem ältesten Sohn eine unangemessen prinzipielle Bedeutung. Aber so weit war es noch nicht. Zunächst einmal zog ich Oster 1914 auf das Münsterische Gymnasium Paulinum. In Festreden nannte man es gern die älteste Schule der Monarchie. Ein paar Wochen zuvor hatte ich, weil einer der Glücklichen in unserer Straße wohnte, den Umzug der Pauliner Abiturienten, die zu je zweien oder dreien in offenen, blumenbegrenzten Kutschen saßen, vom Fenster aus genau betrachten können. Das Tollste daran war, dass an der Spitze reitende Musikchor des Kürassierregiments, diesmal nicht in der weißen Uniform, sondern im schwarzen, zivilen Frack, ganz vorn, die leuchtend hellen Schlegel hoch über den Kopf verwirbelnd, der Mann mit den Kesselpauken. Ich habe kürzlich den Chronisten der Schola Pauliner gefragt, wie viele von diesen Abiturienten des Jahres 1914 wohl im Ersten Weltkrieg geblieben seien. Seine Auskunft besagte, von den 47 seien 20 gefallen. Angesichts der besonderen Zeitläufte begannen meine ersten größeren Gymnasialferien im Sommer einige Tage früher als sonst. An den Straßenecken wurden Extrablätter ausgerufen. Studentengruppen zogen singend durch die Stadt. Etwas zugleich bedrückend und erregend Undurchschaubares bereitete sich vor. Meine Mutter war mit den Geschwistern schon zu den Großeltern vorausgereist. In der totenstill gewordenen Wohnung bereitete mein Vater, bevor wir gleichfalls die Stadt verließen, schweigend für uns beide das Mittagessen. Ich hatte keinen Hunger und brach plötzlich in lautes Weinen aus. Tags darauf wurde die allgemeine Mobilmachung proklamiert. Der Großvater öffnete die versiegelten Umschläge, die schon, wie man jetzt erfuhr, seit einiger Zeit unter strengstem Geheimnis bei der Posthilfsstelle hinterlegt gewesen waren. Sie enthielten die nun öffentlich auszuhängenden Anweisungen für die Einberufung der Soldaten. Mein Vater, 36 Jahre alt, hatte sich am vierten Tag zu stellen. Sich stellen, das war ein neues Wort. Für mich wurde es noch rätselhafter, als mir gesagt wurde, es bedeute, dass der Vater sich hinter der evangelischen Kirche in Münster melden müsse. Am Abend zuvor werden wir Kinder nach dem Essen in das Schlafzimmer der Großeltern gerufen. Dorthin kommen wir sonst nie, aber an diesen Tagen ist das Haus voll von fremden Leuten. Von dem, was nun geschieht, habe ich nur behalten, dass der Vater uns nacheinander segnet, mit einem großen Kreuzzeichen von der Stirn zur Brust und den Schultern. Niemals zuvor hat er das getan. Die Mutter lehnt sich an seine Schulter und sagt weinend, »Und wenn du nun nicht wiederkommst?« Natürlich spricht sie Plattdeutsch. Solche Dinge sagt man nicht in einer fremden Sprache. Auch dies ist für uns Kinder auf verwirrende Weise neu. Gefühlsäußerungen zwischen den Eltern sind uns noch nie zu Gesicht bekommen. Übrigens ist es auch bei diesem einzigen Mal geblieben. An jenem Augustabend gehen wir, völlig aus der Bahn geworfen und sehr bedrückten Herzen, zu Bett. Am nächsten Morgen ist der Vater schon unterwegs nach Münster. Als er dann am späten Nachmittag wegen eines Herzfehlers zurückgestellt, wieder bei uns eintrifft, erscheint uns das als reines Wunder. 2b Bald schon war dann der erste Sieg zu feiern, kurz darauf ein zweiter und ein dritter. Kaum war die Nachricht durchs Telefon gekommen, so stürmte ich schon mit ein paar Freunden an die Glockenseile. Ich hielt das etwas voreilig einfach hin für mein Geschäft, bis der Pfarrer es begreiflicherweise zu dumm fand, dass er, wenn die Leute ihn fragten, sich selber erst bei der Post erkundigen sollte, weswegen er denn die Kirchenglocken läuten lasse. Bei der Rückkehr aus den Ferien in die Schule zeigte es sich, dass nicht wenige von unseren Lehrern schon ins Feld gerückt waren, unter ihnen auch der Lateinlehrer, einer meiner wenigen Freunde. Durch Klassenbeschluss wurde ich dazu bestimmt, den ersten Feldpostbrief an ihn zu verfassen. Ich erröte noch heute, wenn ich daran denke, dass ich an den Schluss das idiotische Kraftwort gesetzt habe, immer feste Druff. Aber die anderen, und natürlich auch ich selbst, fanden gerade das besonders geglückt. Es war uns in den Kopf gestiegen, dass der schon in den ersten Kriegsmonaten fast bis Paris vorgestoßene General von Kluck ein ehemaliger Pauliner war. Völlig unverhofft erhielt ich beim Übergang von der Sechster in die Quinter eine der vier Buchprämien für die Besten der Klasse. Mit ungläubigem Zögern nahm ich die schönsten Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab entgegen, übrigens das erste größere Buch, das ich mit Spannung und in einem Zug gelesen habe. Ein wenig plagte mich der Verdacht, es müsse bei solcher unerwarteten Auszeichnung, wenn nicht geradezu ein Versehen, so doch irgendein Zufall im Spiel gewesen sein. Immerhin ist der gleiche Zufall mir bis in die letzten Gymnasiastenjahre treu geblieben. Dann allerdings kam es gründlich anders. Als Primaner trat ich in eine Art von Streik, der mir ums Haar den Ausschluss vom Abitur wegen sittlicher Unreife eingetragen hätte. Im zweiten Kriegswinter wurde mein Vater doch noch zum Militärdienst einberufen, freilich nur, was mir gar nicht sonderlich recht war, zur Schreibtischarbeit in der Kommandantur eines Gefangenenlagers vor den Toren der Stadt. Jeden Morgen radelte er in der Uniform eines Gefreiten hinaus, nachdem er zuvor, während wir noch schliefen, das Frühstück bereitet und jedem seine Portion auf den zugemessenen Platz gelegt hatte. Daneben das Butterbrot für die Schule, in Pergamentpapier verpackt. Eines späten Abends weckte er mich aus dem Schlaf und ließ mich, ohne ein Wort zu sagen, die frisch erworbenen, goldenen Unteroffizierslitzen an seinem Kragen anstaunen. In unserem täglichen Leben änderte sich, wie man sieht, durch diesen Kriegsdienst nicht allzu viel. Manchmal konnte mein Vater sogar seinen Urlaub so legen, dass er mit uns zusammen in die Ferien reiste, ins heimatliche Dorf natürlich. Wohin denn sonst? Im August 1916 waren wir gerade dabei, das Getreide einzufahren. Mein Vater reichte vom hochbeladenen Erntewagen, die garbenden durch die Luke nach oben, wo ich sie in Empfang nahm. Plötzlich stockte die Arbeit, ich stand mit meiner Forke da und wartete. Irgendetwas wurde gerufen. Ich sah, wie mein Vater rasch vom Wagen kletterte. Mann hatte ihm die Nachricht vom Tode seiner Mutter gebracht. Von dieser Paderborner Großmutter wussten wir Kinder erstaunlich wenig. Sie kam äußerst selten auf Besuch, zu Kindtaufe und zu Erstkommunion, eine schwarz gekleidete Stille, offenbar sehr gütige, aber doch fremde Frau. An unseren Namenstagen und zu Weihnachten trafen kostbare, mit Liebe ausgesuchte Geschenke von ihr ein. Durch sie ist auch eine der frühesten deutschen Ausgaben des Missale Romanum in unsere Familie gelangt. Aus irgendeinem Grunde, so dachte ich, lebte die Mutter unseres Vaters in einer anderen Welt als wir. Und wirklich sah ich, bei ihrem Begräbnis, zu dem ich mitkommen durfte, nichts als völlig unbekannte Menschen, die mir fast auch den Vater, den sie alle seit je und viel besser als ich zu kennen schienen, fremd machten, zumal er mit ihnen natürlich in der Paderborner Mundart sprach. Und als ihn dann auch noch, während der Sarg in die Tiefe hinabgelassen wurde, plötzlich ein heftiges Weinen schüttelte, meinte ich endgültig, ganz allein auf der Welt zu sein. Beim Lesen des Totenzettels während der Heimfahrt fand ich es seltsam, dass unter dem Namen der Großmutter nicht auch, wie es sonst doch üblich war, ihr Mädchenname angegeben stand. Heute wundere ich mich, in welcher Ahnung wohl den Zwölfjährigen davon zurückgehalten hat, wegen dieser Merkwürdigkeit seinem Vater Fragen zu stellen. Viele Jahre später, als jedermann genötigt wurde, Ahnennachweise zu erbringen, kam ohnehin alles an den Tag. Freilich wurde auch dann kaum ein Wort darüber gesprochen. Immerhin bekam ich zu wissen, dass ein Förster aus dem Rheinland seine 27-jährige Verlobte mit ihrem Kinder hatte sitzen lassen. Dass dieses Kind, mein Vater, bei armen Leuten aufgewachsen, nur durch eine glückliche Fügung den Weg in eine Lehrerbildungsanstalt gefunden hatte, dass endlich meine Großmutter, bis sie mit 66 Jahren starb, ihren Lebensunterhalt als Hebamme verdiente, was mir, nachdem Sokrates seine meiotische Kunst auf den Beruf seiner Mutter zurückführt, immer als ein freundliches Vorzeichen erschienen ist. Andererseits ist mir erst nach und nach zu Sinn gekommen, welche verschwiegene Tragödie sich hier zugetragen und was es diese geistig lebendige Frau gekostet haben mag, dem Lebenskreise ihres einzigen, zu Amt und Würden gekommenen Sohnes und ihrer Enkelkinder fern zu bleiben. Die letzten Kriegsjahre stehen mir als eine einzige Karkheit im Gedächtnis. Unser Vater nagelte uns auf einem eigens angeschafften Dreifuß aus abgewetzten Fahrradstreifen zurechtgeschnittene Sohlen unter die Schuhe. Jeden Abend wanderte im eifersüchtig eingehaltenen Turnus einer von uns vor die Stadt hinaus, um in der Aktentasche verbotenerweise einen Liter magere Milch vom Bauernhof zu holen. Man wartete einen Nachmittag lang in der Schlange missmutiger Menschen vor irgendeiner städtischen Ausgabestelle und zog schließlich auf einem wackeligen Wägelchen einen halben Zentner Kartoffel hinter sich her. Es gab, wie bei allen anderen Leuten, mehrmals in der Woche Steckrüben zu essen und auf die klumpig nassen Brotschnitten strichen wir eine aus Rüben und Fallobst zusammengekochte Marmelade. Damals ging die sinistere Vokabel Ersatz in den menschlichen Wortschatz ein. Glücklicherweise haben wir nie richtig hungern müssen, davor bewahrte uns die bäuerliche Verwandtschaft. Mein Großvater hat einmal mit mir vom Schuldenhof an den Dörren der Klippen in einem kurios würfelförmigen bis auf ein Ausguckloch vorn und hinten rundum geschlossenen Kastenwagen ein mehrhundertpfündiges lebendiges Schwein geholt. Es tat uns wahrhaftig den Gefallen, während der unterwegs gelegentlich in aller Unschuld zum Fensterchen hinausgeführten Gespräche, sich und uns nicht durch ungebührliches Quieken oder Grunzen zu verraten. Die Verwandten hatten das kostbare Tier für uns in einem abseitigen Verschlage großgezogen. Es auf dem Hufe zu schlachten war aber zu gefährlich. Das geschah dann bei den Großeltern in der Viehküche, während vorn in der Schangstube der Gendarme ein ländlich nah auf das Mittagessen verzehrte, bei guter Laune und vor allem an seinem Platz gehalten war durch die Großmutter. Später freilich war dann der Schatz, in kleinen Schüben erst noch in die Stadtwohnung zu überführen, woraufhin jedes Mal in unserer übervölkerten und zur Feier des Tages auch überheizten Küche ein fröhliches Festmahl gehalten wurde. Überhaupt war diese Küche eine glückliche Insel inmitten der allgemeinen Misere. Nicht nur um solcher Schmausereien willen, die leider ziemlich selten blieben, hier wurden ungezählte Geschichten vorgelesen und die Köpfe wurden heiß beim Mühlespiel und bei anderen verschollenen Spielen wie Halmer oder Reise in die Ewigkeit. Wenn mein Vater sich allerdings, was ihm verwunderlicherweise einen Riesenspaß machte, mit den jüngeren Geschwistern auf dem Fußboden herumbalgen wollte, verwies ihn die Mutter ins Wohnzimmer, dazu war die Küche zu klein. Unter unseren Lehrern am Gymnasium tauchten ständig neue Gesichter auf, einige kehrten auch für eine Zeit lang aus dem Ruhestand in die Schule zurück. Kriegsversehrte nahmen an Krücken gehend oder den Arm im Verband den Unterricht wieder auf. Einer, neu an die Schule versetzt, hatte die seltsame Gewohnheit, sich immer wieder einmal sehr geräuschvoll und angestrengt zu räuspern und dann in ein kleines Döschen zu spucken, das er aus der Tasche zog. Natürlich gab es während dieser Prozedur immer ein belustigtes Gemurmel in der Klasse. Als aber einer von uns einmal allzu unverfroren herausplatzte, blickte der Lehrer plötzlich auf und sagte seelenruhig, »Ja, Gasvergiftung, das ist etwas sehr Lustiges.« Ich fand es jammerschade, noch zu jung zu sein für die Erntehilfe in Frankreich, wozu im Sommer 1918 in den mittleren und oberen Klassen aufgerufen wurde, und ich bestürmte, ohne Erfolg die Eltern, eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Die Bevorzugten, darunter auch einige aus unserer Klasse, kehrten nach den Herbstferien zurück nicht sehr glücklich, wie es schien und wie man nach und nach erzählt bekam, verwirrt durch mancherlei vorzeitige Erfahrung. Zwei Monate später war dann der Krieg zu Ende. Wiederum fiel für ein paar Wochen der Unterricht aus. Die Schule wurde für die zurückflutenden Truppen beschlagnahmt. Ab und zu schlichen wir uns, in das nun zu einer chaotischen Unterkunft gewordene Gebäude, um irgendetwas zu ergattern. Eine Koppel, ein Feldgeschirr, einen Brotbeutel. Die Gänge und die Klassenzimmer waren mit Stroh ausgelegt. Der Pallas Athen im Treppenaufgang hatte man einen Stahlhelm aufgestülpt. All das rief in unseren gerade eben sich versuchsweise in der Welt orientierenden Köpfen die widersprüchlichsten Reaktionen hervor. In den ersten Revolutionstagen wieder einmal unterwegs in unser Dorf, hatte ich noch, eingekeilt in einen überfüllten Vierte-Klasse-Wagen, provokativ vaterländische Lieder vor mich hingepfiffen, ohne dass übrigens jemand sich groß darum gekümmert hätte. Aber zu Hause führte ich laut die neuen republikanischen Schlagworte im Munde, woran sich dann die ersten heftigeren Dispute mit dem Vater entzündeten. Noch heute ist mir seine scharfe Zurechtweisung im Ohr, so spricht man nicht von unserem Kaiser. Dann wieder einige Zeit später juckte es uns auf nächtlicher Straße ein paar angetrunkenen Reichswehrsoldaten, das rechtsradikale und zugleich kommunistische Schmähwort Noske-Brüder nachzurufen, was uns sofort in eine drastisch bedrohliche Lage brachte, so dass wir von Glück sagen konnten, dass zufällig einige besonnene Bürger in der Nähe waren, die uns daraus mit ein paar herzhaften, an beide Parteien adressierten Worten befreiten. Diese ungare, rein affektiv um sich schlagende Oppositionslust kam erst nach und nach über sich selbst ins Reine, indem sie allmählich ihren wahren Gegner fand und so etwas wie ein formuliertes Prinzip durch das Hineinwachsen in die Jugendbewegung. Das freilich begann harmlos und verwunderlich genug.